Also ich habe das Gefühl, nur ein einziger ist hier richtig voll im Lockdown und das ist das Wirtschaftsministerium und zum zweitens Finanzministerium. Lieber nichts machen als das Falsche. Und das ist jetzt in dieser Situation absolut nicht das Richtige. Aber ich war auch zu faul, um mich darüber aufzuregen. Als dann Corona ausbrach, blieb ich der gleiche faule Sack, der ich vorher auch gewesen bin. Die faulste Socke, die je durch dieses Land geschlichen ist.